Herzlich Willkommen, meine lieben Freunde, weiter unter Tiftenfoil. Du hast Post. Sie werden auf dem Planeten auf Schwärmer treffen, die mit ihrem Schnäbel 9 Zolle rutschoben sind. Die Besen dort sind so groß, dass sie die Berechnung von Sprungpunkten beeinflussen. Lassen Sie sich davon aber nicht von Ihrer Mission ablenken. Die Miliz will unsere Repulsor-Technologie nutzen. Das dürfen wir nicht zulassen. Sichern Sie alle Generator-Hackpoints, überladen Sie den Turm und zerstören Sie die Basis. Graves ab. Ach nun, Lamp. Alter, höhere Besch... Das ist viel geiler. Was? So, Fokus. Okay. Ich habe irgendwas hier mit Karten gefunden. Burn-Karts? Keine Ahnung. Ich verstehe es noch nicht. Ich werde im nächsten Video mir einen Piloten zusammenstellen. Und, bist du begeistert? Bist du begeistert? Äh, bin ich, bin ich. Ich bin auch begeistert. Ich frage mich nur, wie die Langzeit-Motivation ist. Also, es hat definitiv was von Call of Duty, ne? Diese Geschwindigkeit und alles. Aber die Reizüberflutung ist ganz schön krass. Oh, Hardpoint-Herrschaft. Was auch immer das ist. Wahrscheinlich auch so Domination, oder? Weil man hätte, glaube ich, es gerade gleich mit Titans gespawnt. Ne, das ist doch ein Last-Titan-Standing. Ah ja. Die Miliz versucht allem Anschein nach, unsere Repulsor-Technologie nachzubauen. Der alte Turm hier war unser Prototyp. Er war unser Hauptvorteil bei der Kolonialisierung von Welt und feindseliger Bevölkerung. Unser Ziel ist die Zerstörung dieser Anlage. Bevor die Miliz zu viel über den Turm erfährt, halten Sie mich auf die Hardpoint. Wir überladen den Kerl. Das müsste reichen. Bereit machen! Auf geht's. Ins Dinosaurierland. Ja, es ist Domination. Kann man die Dinos abknallen? Haben die gerade auf die Dinos... Alter, die Dinos bluten. Ja, stimmt. Wie geil ist das denn? Das muss man aber auch mal gemacht haben. Sichern Sie die Hardpoints Alpha, Bravo, Charlie, damit wir ins System kommen. Viel Glück! Wir haben Alpha. Ich kann es einfach so auf Dinos schießen. Das ist der Hammer. Hardpoint halben plus. Ach so, der gehörte zu mir. Ich dacke schon zu C und versuche den wieder einzunehmen. Ich bin auch schon... Ich bin in der Dinosaurierland. Hardpoint Freestyle ist bei 25%. Hardpoint zurückgesetzt. Leiter Energie bei Charlie zu Reaktor-Camp. Och, nee. Wir kontrollieren jetzt Hardpoint Bravo. Eine Burn-Card auswählen. Äh, ich hab keine Ahnung. Ich hab echt noch keine Ahnung von dem Spiel. Aber es ist mir gerade scheißegal. Ich will es einfach nur spielen. Ist sogar Zivilisten-Robot abknallen. Bravo wird angegriffen. Wir haben Bravo verloren. Okay, ab zu B. Alter. Mach ich jetzt mal Burn-Card auswählen. Oh, da kann jemand die Kanone kontrollieren, die große. Alter, jetzt bin ich schneller. Das Spiel ist jetzt nochmal schneller mit dieser Burn-Card. Ich weiß nicht, von wo hier der Gegner kommen kann. Die Autopistole ist gut. Die Autopistole? Die Smartgun? Äh, nee. Ist keine Smartpistole. Ist einfach nur eine Autopistole. Bravo haben wir. Fehlen noch Alpha und Charlie, um die Reaktor-Überladung zu forcieren. Pilot, ihr Titan ist in 60 Sekunden Einsatzbereit. Alter, stirb doch einfach. Jeder hat noch 50 Prozent. Du blöde Drecksau. Fünfzehn Sekunden noch bis zu meinem Titan, yeah. Fünfzehn? Ja, neun. Jetzt ist er da. Titanfall! Die Reaktor-Kern-Überladung ist bei 25 Prozent. Ihren Tumsprüchen nah sind wir gegenüber dem... Ja, man, das ist auch fertig. Augenblick leicht im Taukei. Sehr gut. Je schneller wir die Basis zerstören, desto weniger Zeit haben sie für die Turmanalyse. Budeo-Angriff. Ich finde auch nicht, ich finde auch eine Saison auf die deutsche Stimme eigentlich ganz gut. Ja, ich finde die auch nicht schlecht. Ja, wo ist denn der Gegner? Die Rundensteuerung aktiviert. Wir müssen hier ein Alpha. An alle Einheiten. Obwohl wir die Lage kontrollieren, messe ich am Tor meine Läuptungsschwinze. Bereit machen für Störung. Ich sehe nichts, ich sehe nichts. Ja, das ist die Störung. Diese Impulse könnten die Kernüberladung stören, wenn sie nicht aufhören. Stufe 8. Alter, was war der Arm, Mensch? Das war schon wieder so ein Nuklearscheiß. Alle Einheiten schaden sofort zurückerobert. Der eine hat mit der Hand zerstört gehabt. Der eine hinter ihm. Checkt, bist du da drin? Ruhig einfach ein paar Granaten werfen. Irgendwer blockt mich hier. Oh, shit. Oh, schon wieder so ein Reaktorscheiß. Alter, den löst du ja auf. Oder wenn sie mir normalen Waffe auf dem Baller ist. Oh, oh, oh. Was machst du? Was, was, was? Du hast ja Waffen gegen Titans, als Pilot. Wenn du auf jemanden normalen schießt, dann zerreißt du. Du kannst auch einfach, ich drück also immer hier auf 3, die Waffen von 3. Alter, war dahinter noch einer. Ich raste aus. C wird gerade eingenommen. Das bin ich. Ja, ich komm mit. Ich hab mal was blöde, ob er das klingt. Hä? Scheiße, ich war da. Also, ich wollte auch gerade zu C. Ah ja, da bist du. Ja, bravo. Reaktor-Karrenüberladung ist bei 50%. Die über den Punkt sprüchen, naht, haben wir im Moment den Oberhass. Hast du auch gerade einen Titan geholt? Nein, nein, noch 40 Sekunden. Ich reibe mir die mit gerade. Na, ich hab die schwere Pistole. Ich habe die schnelle. Wir huschen zu ab. Der Rechts wurde gerade an, als es vorhin von dir. Den Titan. Hab ich gesehen, hab ich gesehen. Aber ich wollte mich dem nicht... So, hast du einen Raketenwerfer? Ja, ich hab keinen, ich hab einen Sidewinder, also die schnellere. Okay, dann mach dich gleich mal bereit. Irgendwo hier muss er einen Titan sein, ich hör's doch. Da, vor uns! Ja, ich bin auf ihm. Ich konnte von deinem sogar, ich hab einen Springer. Ich bin tot. Oh, okay, ja. Also mal hier irgendwo ruhig stehen ist nicht, ne? Action, action, action. Immer laufen, laufen, laufen. Oh, f*** dich! Nämlicher Russen-Cheater. Schnell, wir müssen wieder Punkte einsammeln. Oh, bei C oben steht einer. So ein Titan-Zimmer. Und wo wird geschossen? Alter. Alter. Hardpoint vorausgelost, Karte überprüfen. Er ist in einem Gebäude. Oh, C kommt einer. Oh. Ich geh grad B rein. Hardpoint reset bei 25%. Der Feind hält sämtliche Hardpoints. Schalten Sie mich sofort auf einen Hardpoint, sonst kriegen Sie was Sie wollen. Alter, Alter, war das erschreckend grade. Er hat doch grad gesagt, schalten Sie mich auf einen Hardpoint. Wie geht das? Oh, nein. Achtung, die Ersatzzeiten befindet sich. Die Noten, sie nähern Sie, bravo. Feindkontakt für mich. Wir haben Alpha. Hardpoint reset bei 25%. Sergeant Blisk, unbefugte Energieumleitung. Schnell, 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 Punkt da. Oh. Warnung. Die Miliz analysiert den Ton wesentlich schneller, als wir den Kern überladen können. Piloten, sichern Sie die Hardpoint. Wir drehen den Spieß um. Blisk out. Befehl automatisiert. C wird gucken, wer wacht, ey. 5 Piloten-U-Fight ist. KI offline, Pilotenmodus aktiviert. Boaam. Hinrichtung. Sie nähern sich Alpha. Feindkontakt möglich. Los hier nähern sich Bravo. Feindkontakt möglich. Los hier nähern sich Bravo. Feindkontakt möglich. Der Feind hält sämtliche Hardpoint. Kalken Sie mich sofort auf einen Hardpoint. Sonst fliegen Sie, was Sie wollen. Oh, oh, ich brauchte Hilfe. Nein. Ja. Außer Hilfe. Was? Meiner ist fast im Sack. Von Charlie leitet Energie zum Reaktorkern um. Jetzt brauche ich nur noch Zugriff auf Alpha und Bravo, um die Reaktorüberladung zu forcieren. Sechs ist B, oder? Oh, Mann. Es geht so schnell. Stufe neun. Oh, ich hab'n Dino gekillt. Wo ist das Schiff? Alter, ich seh' nichts mehr. Virus, du bist ganz schön im Arsch, kann das sein? Mhm. Nein. Sind die schon abgehauen? Wo zum Schiff? Ne. Weiß nicht, wie ich hochkomme. Bist du schon tot aus? Nö. Informieren Sie Luftwaffenbasis Sierra. Sie wird in Kürze angegriffen. Ah, jetzt bin ich oben. Bescheiden darfst du mal. Ich hab'n. Ach so, da hab' ich nur mitgekämpft. Das Schiff ist da. Werbungsschiff eingetroffen. Evakuierung einleichen. Woher wussten Sie, dass es McAllen auf dem Tome abgesehen hat, Sir? Ach so. Mein Titan hat sogar einen anderen Titan gekämpft. Die wir auf der anderen Seite kämpfen dürfen. Und was jetzt? Alle Pläne enden am selben Ort. Nehmen Sie Kurs auf das Dimitri. Ist weg, ne? Naja. Glaub' ich, der einzigste, was gesagt hat. Ja, ich wollte auch gerade hin noch. Aber ich hab' erst mal drauf geschossen. Weil ich hab' irgendwie verkackt, dass wir verkackt haben. Oh Mann, verkackt, ey. Schönes Spiel. Mhm. Auch mehr an der Hand zünden. Ach ja. Ja. Noch haben wir nicht alle Maps gesehen, meine lieben Freunde. Also, wartet noch ein bisschen. Dann könnt ihr ein weiteres Video von Titanfall sehen. Ähm, bitte entschuldigt. Das war wirklich, äh, relativ wenig reden. Aber das Spiel ist so anstrengend. Man muss so... Oh, was hab' ich denn jetzt? Einen Longbow? Eine neue... Halbautomatische... ...Knarre. Also, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein und bis der Ende. Ciao, ciao. Genau.